Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video und wir sind wieder am Start mit der JCC, Freunde. Es ist ein bisschen kompliziert bei mir, weil wir ein bisschen hinterherhängen, aber wir werden alles aufholen. Ich werde jetzt jeden Tag ein Video bringen zu JCC, das heißt, wir werden nächste Woche, müssten wir auf dem aktuellen Stand wieder sein, wenn jetzt jeden Tag ein Video kommt, müssten wir nächste, spätestens in anderthalb Wochen, müssten wir auf dem aktuellen Stand wieder sein. Es gab ein, zwei Probleme, Freunde, hin und her, aber jetzt ist es auf jeden Fall wieder alles ready. Ich habe neue Kopfhörer, weil meine alten sind kaputt gegangen, deswegen habe ich jetzt so fette Teile, Digga. Ich weiß noch nicht, ob ich damit zufrieden bin. Die sind von Razer, die hat mir ein Zuschauer empfohlen, dass ich mir die einfach holen soll. Die sind jetzt nicht so bad, also vom Sound her besser als die letzten, aber ich bin noch ein bisschen zufrieden mit dem Look, ich weiß nicht genau. Freunde, ganz kurze Zeit-Info noch, bevor wir das Video starten, checkt auf jeden Fall in der Videobeschreibung den Flutterfloh-Live-Kanal ab, denn dort werden wir vielleicht, wenn es nicht hinkommen sollte mit der JCC, richtig, ja, werden wir hier noch ein paar Sachen hochladen. Da kommen heute auch noch zwei Qualifikationen online. Da kommen halt ganze Videos online, die es nicht auf dem Hauptkanal schaffen, weil es zu viel Output einfach wäre, oder Sachen, die sich einfach nicht lohnen, ja. Dann würde ich sagen, Freunde, schauen wir jetzt hier rein, endlich, bei der Gruppeneinteilung. Ich habe noch nicht reingeguckt, ich habe mir nichts angesehen, ihr könnt gerne auch hier auf dem Channel nachgucken, ich kann es euch gerne zeigen, ich habe mir nichts privat irgendwie reingezogen. Von daher werden wir hier alles jetzt zusammen nachholen und jetzt hier die Gruppeneinteilung starten und danach alles andere auch noch nachholen, Freunde. Ich bin sehr, sehr gespannt, wir hören rein, wir schauen rein, let's go. Ich weiß, das glaubt mir jetzt kein Schwein, aber ich kannte das Pornhub-Intro nicht, ihr alten Wichser. Ein fast gleiches Intro können wir natürlich nicht als offizielles JCC-Intro... Zehner, Digga. Zehner, Digga. Ein fetter Zehner, Bruder, als wenn er das scheiß Pornhub-Intro nicht kennt. Verwenden, ihr Wichser, stattdessen hier das Intro. Ist okay. Ist okay, ist okay, das Intro. Die Qualifikationsphase... Zwar nie sogar, als ob man das Pornhub-Intro nicht kennt, man. Holy fuck. ...ist vorbei, ich habe euch ein bisschen im Dunkeln gelassen, was die Bewertung angeht, damit einfach jeder das macht, was er will, ohne im Vorfeld beeinflusst worden zu sein. Genauso wie in der Music Cypher zählt jeder gedownloadete Song als 100 Likes für den Künstler. Da in der Qualifikationsphase aber sowieso niemand rausfliegt, ist das nicht sonderlich wichtig. Und was die YouTube-Bewertung angeht, so ist es vollkommen egal, ob ihr auf Like oder auf Dislike gedrückt habt. Jede Bewertung ist ein Punkt für den Kandidaten, das Team oder die Gruppe. Folgendermaßen habe ich die Gruppen eingeteilt. Wir haben Platz 1, 16, 17 und 32 in einer Gruppe. Und weil Platz 1 aktuell der heißeste Kandidat auf den Titel ist, ist das Gruppe 8 bzw. H und kommt zum Schluss der ersten Runde, also in 8 Wochen. So weit von Platz 1 entfernt wie möglich kommt Platz 2, also aktuell der zweitheißeste Kandidat auf den Titel, zusammen mit Platz 15, 18 und 31. Und das ist Gruppe 1 bzw. A und kommt am Samstag. Warum so weit entfernt wie möglich? Wir haben aktuell glaube ich B und C, wir haben Gruppe C dann, sind wir aktuell glaube ich. Das heißt, wie gesagt, 1,5 bis 2 Wochen sind wir auf dem aktuellen Stand und dann ist wieder alles clean. Balance gründen, die offensichtlich sein müssten. Alle anderen sind mittig aufgeteilt. Aber gucken wir erstmal, wer überhaupt welchen Platz hat. Ich habe das Voting 3 Tage laufen lassen, damit ich möglichst früh allen Teilnehmern Bescheid sagen konnte, wie es weitergeht. Im Turnier wird das Voting 6 Tage laufen. Kann ich verstehen. Auf Platz 32 ist Kanton. Und wenn man das aus der richtigen Perspektive betrachtet, dann ist das überhaupt keine Schande, denn schließlich gab es über 2000 Bewerber. Da auf Platz 32 zu landen ist eine absolut Stimme. Das ist immer noch ein Win, Digga. Das ist ein dicker Win immer noch. An alle, die überhaupt dabei sind. Aber wieder eine respektabele Leistung. Außerdem ist ja noch alles offen. Kanton glänzt mit einer echt originellen Videoidee und hat, was die Männer angeht, die gefühlvollste und angenehmste Singstimme. Auch lyrisch sind ein paar starke Zeilen dabei. Natürlich ist das alles sehr, sehr soft, aber wir suchen ja auch nicht den härtesten Musiker, sondern den besten. Auf Platz 31 ist jemand, der sich leider disqualifizieren lassen hat. Platz 31 wäre in Gruppe A gewesen und wäre am Samstag um 18 Uhr mit was Neuem gekommen. Stattdessen kommen der Regenmacher und Tommy Trappett in Gruppe A. Die beiden wollte ich ursprünglich schon dabei haben, aber die waren zu schusselig, rechtzeitig auf ihre Zusage zu reagieren. Deswegen musste ich jemand anders mit reinnehmen. Die beiden haben eine schön stylische Qualifikation eingereicht und ihre Qualifikation ist jetzt stattdessen ihre Runde Nummer 1. Okay. Da bin ich gespannt, Digga. Also haben wir was ganz Frisches noch, Leute, die wir gar nicht kennen. Ich habe Land aufgewaltet. Erhebe endlich den Mut. Platz 30 hat Tommy Köln gemacht. Und die Kommentare habe ich bei ihm deaktiviert, weil der Ton ihm gegenüber etwas respektlos geworden ist, was wirklich nicht Not tut. Außerdem hat er jetzt einen vernünftigen Künstlernamen. Tommy Köln hat in seiner Quali eine starke Präsenz ohne irgendwelche... Ey, das finde ich aber korrekt von Julien, dass er da durchgegriffen hat, so. Vielleicht, manchefalls ein bisschen kacke so, aber ich finde es ganz nice, dass er, wenn es da zu persönlich wird oder so, muss ja auch nicht sein. Technischen Hilfsmittel, eine starke Stimme ohne technische Hilfsmittel und es sind Gitarren-Skills vorhanden. Der Mann ist talentiert und ich bin gespannt, was er in seiner ersten Runde bringen wird. Vielleicht haben wir hier den neuen Xaver Naidoo ohne diese hirnverbrannten persönlichen Ansichten. Xaver Naidoo denkt nämlich, dass die Corona-Krise eine Riesenverschwörung ist. Das sind die da oben, Jungs. Ah, hier auch. Die ist, glaube ich, auf meinem Live-Kanal online gegangen, Direction. Die Frau alleine wäre viel besser gewesen, Digga. Die Frau alleine wäre viel besser gewesen, Bro. Safe. Auf Platz 29 sind Avuset und Mania Juto. Und das ist ein schönes Duett. Meine italienischen Skills sind jetzt nicht unbedingt die krassesten. Same, Bruder. Aber rein vom Soundbild her ist das ein wirklich gutes Lied. Auch etwas softer, aber ziemlich underrated, wenn ihr mich fragt. Der war okay, Digga. Aber wartet mal ganz kurz, Jungs. Wo ist unser Zero El Mero Shisha-Bar, Bruder? Der ist hier vorne, Digga. Wie weit hat der es denn geschafft? Holy fuck. No fucking way. Ach, Bruder. Hm, okay. Ah, weil halt Dislikes auch zählen. Weil Dislikes auch zählen, Jungs. Nächstes Mal nicht disliken. Dislikes zählen ja halt auch, hat er gesagt. True. Okay. Deswegen ist der Bruder so weit vorne. Platz 28 ist Gurvir und warum er verhältnismäßig so weit unten zu finden ist, ist mir ein Rätsel. Leute wie Mero, Fero, Ferrero, Sombrero steckt er locker in die Tasche und die haben den Hype des Todes. Und da wird ja wohl keineswegs irgendwas gefakt worden sein, oder? Auch zu weit unten. Habe ich sehr gefühlt, von der Atmosphäre her. Bisschen zu kurz, aber nice. Platz 27 ist Wavy Lady, mein kleines Schatzilein. Ich weiß, es ist unwahrscheinlich, dass er gewinnt, aber ich finde, seine Quali hat den heftigsten Vibe überhaupt. Hat einen geilen Vibe. Ich gebe mir das locker vier, fünf Mal am Tag. Ich finde diesen eigenen Sound, den er hier kreiert hat, einfach nur genial. Safe. Das finde ich genial, Bruder. Ich glaube, die Reaction kommt heute auf dem Live-Channel sogar online zu dem. Falls sie noch nicht online ist, kommt sie heute online, Bruder. Holy shit. Ach, Bruder. Jeder, was er will, will sich nicht so hart sein. Platz 26 ist Donny 42 und anscheinend gibt es hier kaum Shisha-Bar-Gänger. Dass er seinen Song All Eyes on Me genannt hat, kann eine Rolle gespielt haben bei der Bewertung. Aber er versucht ja nicht mal im Ansatz, den Tupacs Song zu kopieren. Dass der Song erst mit Z geschrieben wurde, war übrigens mein Fehler. Also wenn das Hate ausgelöst hat, dann ist das... Das, Bruder, das hat nichts mit dem Titel zu tun, glaub mir. Meine Schuld. Fühle ich, dem Titel fühle ich. Der ist Hunger. Der hat Hunger. Es ist einer von denen, die uns nur ein kleines Häppchen hingeworfen haben, also quasi einen Appetizer. Viel kann man dazu nicht sagen, außer, dass es ein cooler Part ist, aber es darf gerne mehr sein. Michael Rap hat mich ein bisschen nicht enttäuscht, aber er kann mehr, das wissen wir, fühle ich. Also, da hätte er mehr rausholen können, irgendwie. Du hast ein Problem, doch mir geht's gut in dieser Welt. Ich bin Drogendealer, fick deinen Studenten-Rap. Keiner meiner Freunde hält dich Pisser für was Besseres. Auf Platz 24 ist Michael Dress. Und nicht, was auch immer ich in der Vorstellung gesagt habe. Der Name ist Michael Dress. Ich bitte vielmals um Entschuldigung für diesen Foupa. Er hat eines der besten Videos, auch wenn ich finde, dass das in diesem Turnier absolut keine Rolle spielt. Das ist true. Das muss man ihm geben. Muss man ihm auch geben. Was die Musik angeht, bringt Michael Dress kompromisslose Lines, die ins Gesicht gehen. Auch wenn ich jedes Mal denke, dass er mehr kann, als er zeigt. Ich warte immer noch auf den Tag, an dem es von mir zu hart wird. Kuss. Platz 23 ist KG. Und das ist dasselbe wie mit Punches. Cooler Part. Wirklich cooler Part. Schöne Flow, schöne Technik, schöne Attitüde. Aber es darf gerne mehr sein. Hat auch ein bisschen Kompromiss ausgelöst bei mir. Ich wusste nicht, nicht Kompromiss, Kontroverse. Ich kann es schwer einschätzen. Ich freue mich auf die nächste Runde. Hogan the Young ist auf Platz 22. Und abgesehen von dem Hochleistungssport, den er im Video hinlegt, fühlt er den Shit wie kein Zweiter. Das ist auch Zuban. Deswegen, ich freue mich auf die nächste Runde. Wir mischen uns beide. Nachdem er einen 42 Kilometer Marathon gelaufen ist, hat er sich dahingestellt und ist mit Herz und Seele dabei. Oh, Bruder, Toxic, Mann. Sei nicht so toxic immer. Gopnik, Mann. Platz 21 ist Gopnik. Und ich weiß, das hat nichts mit der Musik zu tun. Aber da ist eine PS1. Alleine dafür will ich ihn mit goldenen Schallplatten bewerfen. Absoluter Ehrenbruder. Was die Musik angeht, so ist, trinkt, schwitzt, pisst, scheißt und lebt der Rap. So wirkt es jedenfalls auf mich. Gopnik ist Rap pur. Ja, die beiden auch Lost, Bruder, Lost. Die beiden können mehr. Machen die so ein Joke-Lied einfach. Ich habe mich auch krass abgefuckt bei den beiden, Mann. Weil die beiden können viel, viel mehr. Das wissen wir alle, ja. Das wissen wir alle. Gerade Sebastian Mitchell hätte so eine krass gute, englische, heftige Hook hinballern können. Blitze macht in der nächsten Runde einfach was Nices, Mann. Also jeder, der es fühlt, ist okay, aber sie können einfach einen niceren Style bringen. Platz 20 sind Mechas und Broxstar mit Fiesta und wunderbaren Sommer-Vibes für den Corona-Sommer, wo man eine Chica nur ansprechen darf, wenn man anderthalb Meter Abstand hält. Broxstar ist ein knallharter Gangster, der unter einem Nichtraucherschild eine durchzieht und Mechas hat ein Auto gefunden, neben dem er gar nicht so klein aussieht. Okay, bis jetzt meine drei Favorites sind ja M.I., Detox und Lasko. Die sind also noch recht weit oben im Voting, was ich nice finde. Jasper auf stark. Auf Platz 19 ist Jasper und der ist einfach auf die geilste Art hängen geblieben, wie man sich das von einem Künstler wünschen kann. Ist es 2010 oder 2020? Jasper ist das scheißegal. Der zieht seine Parts genauso durch wie immer, egal welches Jahr wir haben. Wenn einer seinem Style treu bleibt, dann ist es Jasper, auch wenn er imagetechnisch nicht mehr den Penner-Lifestyle fährt. Aber wenn Jasper draufsteht, dann ist auch Jasper drin. Schwule finde ich eklig. Auch kritisch. Platz 18 ist Prophet Andi und der hat extrem kontroverse Lines gebracht, unter anderem eine darüber, dass er Schwule eklig findet, was ich übelst gefühlt habe. Aber wie ich bereits vermutet hatte, ist das alles nur Show, denn Andi ist selbst bisexuell, aber das sagt er euch am besten mit seinen eigenen Worten. Haben mir viele auch noch geschrieben. Haben mir viele geschrieben. Ich bin bisexuell, ich stehe auf Männer und Frauen. Die Line war absolut ironisch gemeint. Ist okay, wenn man das falsch versteht. Er ist halt eine Kunstfigur, so. Trotzdem, denk ein bisschen nach, so an die, die jetzt wirklich gedacht haben, dass ich schwulenfeindlich bin. Denk ein bisschen nach und hinterfrag mal. Der Track heißt Scheiß auf Incest und ein Typ redet auch davon, dass er Jasper ist als seine Vaterfigur. Es strotzt vor Ironie, meiner Meinung nach. Aber gut, die Wahrnehmungen gehen auseinander. Die habe ich so gefühlt. Also, dass sie so 0815 Corona-Song gemacht hat, das fuckt mich ein bisschen ab, weil sie mehr kann. Aber sie hat eine so unglaublich schöne Stimme und sie kann sehr, sehr viel rausholen aus sich. Auf Dieter Bohlen angelehnt gerade. Auf Platz 17 ist Luise. Und sie ist eine von den ganz besonderen Kandidaten. Ohne technische Hilfsmittel unterwegs und trotzdem ganz vorne mit dabei. Es ist natürlich nicht notwendig für die Corona-Cypher. Es würde mich schon echt interessieren, wie das Ganze klingen würde, wenn sie Equipment-Technisch hier auf Augenhöhe mit den anderen unterwegs wäre. Platz 16 ist Parker und der kommt einfach mal mit dem absolut zicksten Video um die Ecke. Habe ich nicht ganz gefühlt, Freunde. Wenn ihr die Reaction aber sehen wollt, müsst ihr auf Twitch vorbeischauen, weil es hat auf Twitch in dem Moment ein bisschen gelegt und ich konnte die Aufnahme nicht runterladen, beziehungsweise nur, keine Ahnung, drei Minuten oder ein Viertel davon und es war nicht worth zu uploaden. Also schaut gerne, wenn ihr die Parker-Reaction sehen wollt, mal eine Twitch-Wiederholung vorbei. Darum geht es in der Corona-Cypher natürlich nicht. Auch wenn das einfach nur völlig übertrieben ist. Naja, es geht um Musik und auch hier hat Parker kompromisslos gut abgeliefert. Ich fange langsam an, Parker richtig zu feiern und bin sehr gespannt auf seine erste Runde. Auch gut. Ein, zwei Kritikpunkte hatte ich. Aber ich freue mich auf die nächste Runde. Platz 15 ist BNY und auch sie hat ein starkes Video darüber hinaus, aber auch eine sehr starke Stimme und ist sehr musikalisch. Keine Ahnung, warum sie auf ihre Stimme so exzessiv Auto-Judy aufmachen lassen hat. Danke, Julian und ich heute wieder. die besten Bros, die ich kenne, Alter. Retalk, Julian. Guter Freund von mir, Julian. Das ist der Saison, den ich mir am öftesten angehört habe, Alter. Den habe ich mir am öftesten angehört von allen danach noch. Direkt Gänsehaut, Bruder. Direkt krass Gänsehaut. Platz 14 ist Romina und sowas hat es hier noch nie gegeben. Eine Künstlerin, die einen Seelen-Striptease hinlegt. Ich bin beeindruckt. Heftig schon. Mega Stimme, mega Sängerin, mega viel Gefühl. Krass, das Video finde ich auch. Und das kostet wirklich Überwindung, wie sie da einfach mal ihre Eierstöcke auf den Tisch knallt. Ich bin sehr gespannt, was von Romina als nächstes kommt. Same. Fand ich cool. Der Typ hat ja eine coole Idee, Mann. Und der kann singen. Platz 13 ist Flu mit seiner Liebeserklärung an mich und ich fühle das richtig. Ich feiere mich auch selbst, denn wer soll das, was du machst, gut finden, wenn du es selber nicht gut findest? Deswegen kann ich Lines wie ich habe von dir ein Poster an der Wand absolut nachvollziehen. Auch wenn ich nur ein einziges Poster besitze und das ist nicht von mir. Dafür habe ich andere Sachen an der Wand, die ihr... Freunde, ich warte auf meinen Playbutton übrigens noch, Alter. Man muss warten, bis man von YouTube so eine Nachricht bekommt. Digga, der Channel hat 140.000 schon fast und ich kriege die Nachricht einfach nicht. ... mir für meine Leistungen geschenkt habt und wofür ich sehr dankbar bin, ihr Sonnenuhrensöhne. Boah, das war sogar was Nettes einfach, was er gerade gesagt hat. Ich dachte, er würde so einen weirden Flex raushauen. Aber das war sogar was Nettes. Die beiden können krasse Hooks auf jeden Fall machen, die man für ein Jahr im Kopf haben wird. Wir haben nur den Pesto-Klopapier. Platz 12 sind die Soap Boys. Und bei diesem Lied gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder man feiert es oder man hasst es. Ich glaube, dazwischen gibt es nichts. Das Teil bringt Quarantäne-Feeling hautnah und wenn man irgendwann auf diese Zeit zurückblickt, dann ist das auf jeden Fall eines der Werke, das die Lächerlichkeit der Leute ganz gut auf den Punkt bringt. Es gab einfach mal keine Nudeln und kein Klopapier. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und wir müssen immer noch hauptsächlich zu Hause bleiben. Wir leben in einer etwas surrealen Welt gerade. Und da kommt so ein locker, flockiger Quarantäne-Song einfach genau richtig. Immer noch einfach Henke, Digga. Platz 11 ist Psychrone. Auch wenn ich nicht alles verstanden habe, ist der richtig nice am Flown und der Scheiß geht nach vorne. Das heißt bis jetzt also auf jeden Fall M.I. Detox und Lars Kusset in den Top 10. Was nice ist. Was sehr, sehr nice ist. Der Vogelscheuchen-Bolle ablieferte soundtechnisch sehr, sehr stark. Aber in Runde 1 bitte etwas deutlicher das Ganze. Platz 10 ist Anti. Und Anti ist alte Schule. Das ist richtiger Oldschool-Hip-Hop-Kopf-Nicker-Shit voll mit Rhymketten und einem fetten Beat. Mehr davon. Ich halte die Hände weg von Komi. Lasco, Mann. Mama macht Schlau, dreht die Runde um den Block auf meinem Fahrrad im Blau. Meine Zeit, ja, sie vergeht wie ein Testklatt im Wind. Habe gefühlt meine erste Mische erst gestern gekippt. Hab dein Bock auf dein Gelaber, ja, vom Regen muss. Erwachsen werden, gib die Flasche, Mann. Ich lebe so. Blick in die Ferne, Tonne, lichte meine Frisse. Und da was kommt geil. Mir egal, ob deine Eltern oder Nachbarn schreien. Auf Platz 9 ist Lasco. Und viele fanden, dass das Apache für Arme ist. Blick ich halt nicht, Jungs. Blick ich nicht. Habe ich auch in meiner Ration gesagt. Können wahrscheinlich viele nicht wissen, aber Lasco hat diesen Style schon gerockt und hochgeladen und Songs in diesen Style gemacht, als Apache noch nicht ansatzweise im Gespräch war. Also safe so ein, zwei Jahre bevor. Er hat schon 2016, 2017 diesen Style so gerockt, ja. Als Apache noch nicht mal irgendwie bekannt war. Von daher ist das einfach ein Argument, was nicht zählt, was man nicht bringen kann. Klar erinnert er etwas an ihn, aber so wie ich das beurteile, ist Lasco niemand, der sich verstellt. Das kommt alles sehr natürlich und nicht gestellt rüber. Es wirkt auf mich einfach nicht so, als würde er versuchen, hier etwas nachzumachen, sondern dass er einfach das macht, was er isst und feiert. Und er hat Talent. Seine Hook ist Killer, sein Song ist Killer. Für mich ist Lasco, Lasco. Und sonst nichts. Easy. Mir fällt die Decke aus dem Kopf, denn es ist Wahnsinn, was hier gerade geschieht. Doch ich war ein Patschebild schon lange vor der Pandemie. Mach die Scheiße schon so lange, erzählt mir nichts um Showbiz. Ich rechte nicht die Hand, doch es hat nichts zu tun mit Covid. Auf Platz 8 ist Dufresne. Und auch wenn er hier nicht den ultimativen Raps geliefert, bringt er einen inhaltlich stabilen Ich glaube, der hat halt einen kleinen Bewertungs-Push, weil er der Erste war und alle gehypt waren, den Ersten zu sehen. Und die Qualifikation 32, die als letztes hochgeladen wurde, meiner Meinung nach zumindest automatisch, nicht mehr diesen Hype vom Anfang so 100% mitnehmen kann. Deswegen hat er vielleicht einen minimalen Vorteil. Er war trotzdem stabil, aber keiner meiner Favorites. Zeitgemäßen Track. In jeder Hinsicht absolut stabiler Part, aber es darf gerne mehr sein. True. Wir können ja noch wixen. Mein bester Freund, okay. Wir können ja noch wixen. Der Puff hat geschlossen. Auch U-Pon hat offen. Wir können ja noch wixen. Auf Platz 7 ist Gay Butters. Mit seiner Corona-Hümbel, das ist leider mittlerweile ab 18 eingestuft worden. Oha. Hoch. YouTube. Also, wenn man in 10 Jahren nach 5 Bier auf irgendeinem Grillabend daran denkt, dass es ja mal eine Corona-Krise gab und es da irgendeine Schwuchtel mit einem Wix-Track gab. Dann war ich das wahrscheinlich los. Dann muss man auf jeden Fall bei YouTube angemeldet sein, wenn man sich das da nochmal reinziehen will. Oh, hab ich auch mies gefühlt. Hab ich zu selten gehört, nachdem ich die Direction gemacht hab, Alter. Von der Atmosphäre her wirklich eine 10 gefühlt. Hab ich sehr, sehr doll gefühlt, muss ich sagen. Auf Platz 6 ist Nico Ritter und Nico Ritter hat Herz. Ja, Mann. Das bedeutet nicht, dass die anderen kein Herz haben, aber ich finde, Nico Ritter transportiert das mit am besten. Safe. Ich bin sehr gespannt, was da in der ersten Runde kommen wird. Die Jungs waren auch nice. Nicht persönlich. Auf Platz 5 sind die Nirvana Seekers und die habe ich mir bis jetzt täglich gegeben. Gerade bei dem guten Wetter kommt die Anfangsline einfach wunderbar, um einen guten Start in den Tag zu haben. Heute ist so ein schöner Tag, heute bring ich dich ohne... Die Nirvana Seekers haben absolut Einmaliges abgeliefert. Großartige Gruppe und die Vorfreude auf das nächste Kunstwerk ist bei mir enorm. Oh, V8, Mann. Diese Stimme ist zu mächtig von Detox, Mann. Oh, ja. Platz 4 ist Detox Vengeance und dieser Dancehall-Move ist eigentlich nicht so meiner, aber Detox Vengeance kann ich mir ohne Schmerzen geben. Auch hier gab es zig Vergleiche zu anderen Künstlern, aber genau wie bei Lasko habe ich nicht das Gefühl, dass Detox sich verstellt. Safety Detox hat schon immer so viel ausprobiert und macht sein eigenes Ding, Alter. Merkt man aber auch. Detox Vengeance klingt für mich nicht wie irgendein anderer... Sag bitte noch einmal Detox Vengeance. ...sondern wie Detox Vengeance. Danke. Und Detox Vengeance hat hier ein Brett abgeliefert. Und meines Wissens wird Klopapier aus Holzfasern hergestellt. Real Talk, das ist ein Fact. Also ein Brett wie das von Detox Vengeance hat gerade heutzutage einen besonders hohen Wert. Oh, da... Am I... Holy Shit. Wie kann man so Hunger haben wie er, Bruder? Platz 3 ist MySap. Mittlerweile bin ich mir da sicher. MySap hat nur ein kleines Defizit, was seine Verständlichkeit im Doubletime angeht. Ansonsten rasiert er hier den Beat gegen den Strich und denkt nicht mal dran, da hinterher Nivea-Creme draufzuschmieren. Dicke Plus 1, Bruder. Der Beat von MySap weint sich jede Nacht in den Schlaf, weil er so hart vergewaltigt worden ist. True. Platz 2 ist Sensory und ich würde fast sagen, dass er für Russland an den Start gegangen ist. Es wirkt jedenfalls so, weil er mit so viel Energie dabei ist, als müsste er der ganzen Welt beweisen, dass er der heftigste russische Rapper ist. Es kommt mir so vor, als hätte jemand... Sensory auch Ehrenmann hat mir noch kurz geschrieben nach meinem Twitch-Livestream oder er war auf Twitch-Live dabei, als ich mir seine Quali gecheckt hatte. Und er ist auch sehr, sehr krass, Mann. Ich habe mir noch einen anderen Song von ihm angehört, einen älteren irgendwie. Und er ist auch so in meinen Top 5 Leuten, wo ich halt am heftigsten am Start bin oder wo ich mir wünschen würde, dass sie das Ding holen. Er hat eine Autobatterie an seinen Eiern angebracht, bevor er ans Maik gegangen ist. Und er wäre dann der 5. Digga. Das wären so meine... Das wären echt meine Favorites, actually. Wobei ich halt eigentlich Nico Ritter echt stark finde, ja. Romina auch. Aber wenn wir jetzt mal nur von diesen klassischen Rappern gehen, würde ich diese 5 da mit reinpacken, ja. Kommen wir zur Nummer 1. Kamruh und ich will jetzt echt nicht zu krass auf die Kacke hauen, maßlos übertreiben und sein. Aber, aber, aber. Der beste Rapper Deutschlands oder sowas, weil es für sowas einfach noch viel zu früh ist. Aber er hat für mein Verständnis, was Deutschrap angeht, dieses Jahr bis jetzt den brachialsten Part gebracht, den ich gehört habe. Was er auf dem Beat geklatscht hat, gleicht einer Naturgewalt. Er hat damit einfach mal kurz die Rap-Szene komplett auseinandergenommen. Ich bin übelst gespannt, wie es mit diesem gerade mal 18 Jahre alten, hoffentlich zukünftigen Goldrapper weitergeht. Was ist denn erst, Bruder? Da, ey, keine Ahnung, es könnte halt echt sein, dass ein, zwei Leute jetzt vielleicht wirklich so, ähm, klein, wer weiß, oder so. Ich will jetzt nicht sagen, oh, die kriegen safe alle Plattenvertrag oder so, aber es kann natürlich sein, so, dass ein, zwei Leute so einen Plattenvertrag oder Angebote bekommen. Oder in Gespräche kommen, so. Man hat's gesehen bei Nice or Scheiß, Mois hat in seinem 40-Minuten-Statement gesagt, dass einige Leute, ähm, jetzt bei heftigen Labels gesigned sind, weil sie bei Nice or Scheiß waren. Gehen wird. Er kommt halt abnormal auf den Kopf. Anhand der Platzierungen kann sich jetzt jeder zusammen reimen, wie die Gruppen aufgeteilt wurden, ansonsten werde ich das am Ende jeder Bewertung nochmal ankündigen. Oh, das ist gut, weil mein Hirn kriegt das nicht hin, Jungs, ihr wisst es. Damals, J, ähm, JMC, Jungs, ich hab's bis zu Ende nicht geblickt, wie das Turnier eigentlich funktioniert. Samstag um 18 Uhr kommt Gruppe A und das sind Regenmacher und Tommy Trappett, Prophet Andi, BNY und Sensory. Okay. In meinem Joint, pures Ort, riech mal dran, guter Stoff, Oberteil, Hugo Boss, denn die ganze Band ist viel unter Schock. In meinem Joint, pures Ort, riech mal dran, guter Stoff, Oberteil, Hugo Boss, denn die ganze Band ist viel unter Schock. Ja, Freunde, dann haben wir jetzt hier also die erste Bewertung, schrägstich die Gruppeneinteilung gesehen. Wie gesagt, ab jetzt jeden Tag einfach eine Runde und Bewertung, so wie wir es früher in der JMC auch gemacht haben. Dann dauert es jetzt ungefähr anderthalb bis zwei Wochen, dann müssen wir auf dem aktuellen Stand sein, weil ich glaube gerade so ungefähr zehn Videos, beziehungsweise zwölf Videos draußen sind, right? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, oh sind schon ein paar mehr, 13, 14. 14 Videos sind draußen, ja, das heißt genau zwei Wochen, dann sind wir wieder auf dem aktuellen Stand und können uns dann die frischen Releases immer geben. Okay, Freunde, dauert jetzt eine Weile, aber wie gesagt, jetzt ziehen wir durch. Ich bin sehr gespannt, Alter. Ich finde cool bis jetzt, wie Julian das Ganze hier behandelt, das fühlt sich sehr, sehr organisiert an, sehr nice an. Er macht da auf jeden Fall einen guten Job diesmal und versucht alles wieder gerade zu wägen. Ich freue mich auf die Gruppen, Leute, schreibt mir mal euren Favoriten rein oder eure Top 3 meinetwegen von den Leuten, die ihr am ehesten auf der 1 sehen wollen würdet. Und dann würde ich sagen, heute sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Bleibt fresh, so wie immer, checkt ihr euch auf den Live-Channel ab, ja, und dann habt einen wunderbaren Tag, wir sehen uns, ciao.